Ich habe 5 Designs aus 5 verschiedenen großen Nischen erstellt und diese werden wir jetzt ein Jahr lang bewerben. Ich werde das Ganze hier dokumentieren und ihr könnt entscheiden, was wir wie machen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, gehen wir mit den Geboten hoch, gehen wir mit den Geboten runter, welche Geburtsstrategie wählen wir, erstellen wir eine manuelle Kampagne oder nicht, sollen wir uns auf irgendwelche Geburtstypen fokussieren, all sowas könnt ihr alles entscheiden und am Ende dieser Serie ist es das Ziel, dass alle 5 Designs sich täglich verkaufen. Also wie ich schon gerade gesagt habe, ihr alleine entscheidet wirklich, was wir machen, ob wir die Gebote erhöhen, welche Geburtsstrategie wir machen und alles andere auch und ich will euch mal kurz zeigen, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, wie das Ganze ablaufen soll. Also in jedem Video von dieser Serie jetzt hier werden immer 2 Umfragen im Video sein, wo ich Optionen euch zeige und dann müsst ihr einfach nur in die Kommentare schreiben, Hashtag Option 1 oder Option 2 oder 3, je nachdem, wie viele Optionen ich dann bei der Umfrage euch zur Verfügung stelle und dann noch eine 1 vorschreiben für die erste Umfrage und dann eine 2 für die zweite Umfrage, damit ich das Ganze auch zuordnen kann. Ich denke mal, das Prinzip ist klar geworden und damit das Ganze auch funktioniert, habe ich mir jetzt das Ganze erstmal so gedacht, dass ihr 5 Tage Zeit habt, um zu kommentieren, welche Optionen ihr machen wollt, weil die Serie jede Woche kommen soll und ich auch noch Zeit brauche, um das Video aufzunehmen und zu schneiden. Aber wenn ihr einmal die Woche zu viel findet oder eventuell zu wenig, dann schreibt es auch mal in die Kommentare, dann können wir das Ganze auch noch anpassen. Dann kommen wir mal zu den 5 Designs. Also ich werde euch jetzt nicht die Designs an sich zeigen, aber ich werde jetzt alle mal kurz vorstellen, wann ich sie erstellt habe, auf welchem Marktplatz sie sind und wie groß die Nische ist, aus der die Designs kommen. Bevor ich euch jetzt Infos zu den Designs gebe, werde ich das Ganze jetzt so strukturieren, dass jedes Design eine Nummer bekommt und die Nummer 1 bekommt das Design in der kleinsten Nische und dann eben immer weiter nach oben. Umso größer die Nische, dann umso größer auch die Zahl bis eben zum 5. Design. Und diese Nummern werde ich dann auch für die Kampagnen benutzen, damit ihr das Ganze zuordnen könnt. Aber zu den Kampagnen komme ich nach den Designs. Also wir fangen hier direkt mit dem ersten Design an, was aus der kleinsten Nische kommt. Also ich ordne das Ganze jetzt so, dass das erste Design, was ich euch zeige, aus der kleinsten Nische ist und das letzte, was ich euch zeige, aus der größten Nische ist. Und dazwischen halt immer weiter aufwärts. Also hier könnt ihr sehen, das Design habe ich gerade erst erstellt im Februar 2022. Das Ganze hat auch noch keinen Verkauf, könnt ihr hier oben sehen. Noch kein BSR-Ranking, auch noch keine Bewertung natürlich. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, kein Verkauf und auch natürlich keine Einnahmen. Damit ihr mal eine ungefähre Vorstellung bekommt, wie groß die Nische ist, was ja jetzt hier in dieser Serie die kleinste Nische ist, zeige ich euch jetzt hier mal von dem Hauptkeyword, das Suchvolumen bei Amazon. Bevor wir jetzt zu dem nächsten Design kommen, will ich schon mal sagen, dass alle 5 Designs auf dem US-Markt sind. Vielleicht können wir im Laufe der Serie auch noch ein deutsches Design dazunehmen oder das Ganze genauso komplett nochmal mit deutschen Designs machen. Aber erstmal machen wir das Ganze jetzt hier nur mit Designs auf dem US-Markt, weil ich dort auch gerade am aktivsten bin. Und dann kommen wir jetzt auch zum Design 2, wo die Nische ein bisschen größer ist. Ich blende euch auch hier mal wieder das Suchvolumen von dieser Nische ein, damit ihr seht, wie groß die Nische ungefähr ist. Und hier bei dem zweiten Design könnt ihr auch wieder sehen, hat sich noch nicht verkauft, ist auch ganz frisch, habe ich Ende Januar erstellt und hat natürlich wieder auch keine Einnahmen. Hier bei diesem Design handelt es sich um ein Design, wo ich zwei Nischen kombiniert habe. Aber viel mehr kann ich dazu jetzt leider auch nicht sagen, zu den einzelnen Designs, weil es leider in dem Business zu viele Leute gibt, die einfach die Designs kopieren. Und deswegen blende ich hier lieber alle Daten aus. Dann kommen wir zu Design Nummer 3. Auch hier könnt ihr wieder links das Suchvolumen, beziehungsweise die Anzahl an Treffer bei Amazon vom Hauptkeyword sehen. Und hier wieder die Infos. Auch das Design wurde noch nicht gekauft. Habe ich auch gerade erst erstellt, hier im Februar auch. Und dieses Design ist auch mein Lieblingsdesign unter den 5. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man Designs erstellt und dann eine richtig gute Idee hat und dann am Ende man auch mit dem Design noch zufrieden ist, finde ich, ist das immer ein mega Gefühl. Und genau das habe ich auch bei diesem Design hier. Mal gucken, ob es sich dann auch so gut entwickelt, wie mein Gefühl ist. Aber das werden wir dann ja in den nächsten Folgen der Serie sehen. Hier haben wir dann das vierte und vorletzte Design, was von der Nischengröße in der zweitgrößten Nische von den 5 ist. Hier könnt ihr wieder alles sehen, also noch kein Verkauf, im Januar erstellt. Und dieses Design habe ich hier ausgewählt für die Serie, weil es glaube ich, wenn es einmal ganz gut ins Laufen kommt, dieses Design in dieser Nische sich auch über die Nische hinaus sehr, sehr gut verkaufen kann. Weil es ein Design ist, was jetzt nicht nur Fans von dieser Nische, sage ich jetzt mal, tragen können, sondern jeder andere das auch tragen kann. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber so Shirts, die man irgendwo im Laden kaufen kann, da sind ja auch mal Motive drauf. Und die sind ja auch eher für eine sehr, sehr große Zielgruppe. Und so ist es eben auch bei diesem Design hier. Übrigens, wenn irgendeins dieser fünf Designs nach einem Jahr, also genau jetzt in 365 Tagen, sich so gut entwickelt haben sollte, oder vielleicht auch mehrere von den fünf, und dann am Ende über 50 Bewertungen haben sollte, dann werde ich dieses Design euch auch zeigen, beziehungsweise auch mehrere, wenn es bei mehreren der Fall ist. Weil ich denke, wenn das Design so ein Level erreicht hat, dann werden es eh schon sehr, sehr viele Leute kopiert haben. Und dann kann ich es euch auch zeigen. Und das ist ja vielleicht dann auch ganz cool, wenn man dann zurückgucken kann, wie das T-Shirt sich entwickelt hat. Vom Start, was hier die Werbung angeht. Und wenn ihr diese Idee cool findet, lasst dafür gerne mal einen Daumen hoch da. So, hier jetzt das letzte Design. Gleich wird es wieder spannender, wenn wir die Kampagnen aufbauen, und ihr auch schon die erste Entscheidung treffen könnt. Wie gesagt, hier das Design aus der größten Nische, habe ich Ende Januar erstellt, und hat auch noch keinen Verkauf. Ich glaube, dieses Design wird auch am schwersten zu platzieren sein, ganz oben, weil diese Nische eben wirklich sehr, sehr groß ist. Wie ihr jetzt hier auch links seht, gibt es da schon sehr, sehr viele Produkte in dieser Nische, beziehungsweise Designs. Aber ich denke mal, wenn man dort dann einmal ganz oben ist, hat man auch einen sehr guten Bestseller, der jeden Tag dann gut Verkäufe einbringt. Und vielleicht schaffen wir das Ganze auch, dieses Design nach ganz oben auf die erste Seite zu bringen. So, dann haben wir jetzt aber genug über die Designs gelabert, und kommen jetzt mal zu dem eigentlichen Teil, und zwar der Werbung. Und ich zeige euch mal, wie ich dort vorgehen möchte. Also, zu Beginn werde ich jetzt erstmal jedes Design in eine separate Kampagne packen. Und wir werden hier anfangen mit einer automatischen Kampagne. In späteren Folgen kommt dann vielleicht noch eine manuelle Kampagne dazu. Aber wir versuchen uns jetzt erstmal hier so einen Grundgerüst aufzubauen, und viele Informationen durch eben diese automatischen Kampagnen zu erlangen. Und ich werde diese fünf Designs auch nirgendwo anders bewerben. Das heißt, in keiner anderen Kampagne, sondern nur in diesen Kampagnen, die ich jetzt hier auch euch zeige, damit wir dann auch zu 100% ein richtiges Ergebnis haben. Und wir fangen dann jetzt auch schon direkt an, die Kampagne zu erstellen. Und dafür springen wir jetzt mal in meinen Amazon Advertising Account. Also, wir stellen jetzt hier die erste Kampagne. Ich mache das Ganze jetzt hier mit dem Kampagnen-Typen Sponsored Products. Einfach, weil ich mich hier schon besser auskenne und mehr Erfahrung habe. Damit wir jetzt die Übersicht behalten, habe ich ja vorhin schon gesagt, benenne ich jedes einzelne Design mit einer Nummer. Und das Design in der kleinsten Nische mit der Nummer 1. Und das in der größten Nische mit der Nummer 5. Und wir fangen jetzt einfach hier mal an mit dem ersten Design aus der kleinsten Nische. Und deswegen nenne ich das Ganze einfach mal 1. Und dann schreibe ich hier noch automatisch hin, beziehungsweise Auto, damit man weiß, dass das Ganze auch eine automatische Kampagne ist. Normalerweise schreibe ich jetzt hier noch beim Kampagnen-Namen ganz vorne immer erst mal die Asen hin. Und dahinter dann den Spruch, beziehungsweise die Nische. Und dahinter dann erst entweder Auto, beziehungsweise manuell bei einer manuellen Kampagne. Aber da ich sonst das Ganze immer schwärzen müsste, und so das Ganze, denke ich mal, für euch auch übersichtlicher ist, halte ich das jetzt einfach mal hier so simpel mit 1 und dann Auto. So, dann hier, Start, lasse ich jetzt erstmal noch aus, weil wir werden in diesem Video jetzt hier noch nicht die Kampagne starten, denn ihr könnt gleich noch was entscheiden. Dazu kommen wir aber gleich noch. Tagesbudget mache ich jetzt erstmal auf 20, einfach um genug Puffer zu haben. Aber wenn ihr wollt, können wir darüber in einer der nächsten Folgen auch noch abstimmen, wie hoch das Budget sein soll. So, dann hier, habe ich ja schon gesagt, machen wir eine automatische Kampagne erstmal. Und hier seid dann ihr auch schon das erste Mal direkt gefragt, und zwar, welche Kampagnen-Gebotsstrategie wir nehmen für die einzelnen Kampagnen. Diese Umfrage bezieht sich jetzt auf alle 5. Also wir machen zu Start erstmal überall das Gleiche und in den nächsten Folgen können wir dann immer noch bei Einzelnen gucken, ob wir es ändern wollen. Aber jetzt hier erstmal für den Start, die erste Frage an euch, nehmen wir hier erstens dynamische Gebote nur senken, zweitens dynamische Gebote erhöhen und senken, oder drittens feste Gebote. Also ihr könnt jetzt abstimmen, einfach in die Kommentare schreiben, Hashtag Option 1 für das obere hier, Hashtag Option 2 für das und Hashtag Option 3 für das letzte feste Gebote. So, dann machen wir hier weiter und kommen zu der Anzeigegruppe. Hier schreiben wir jetzt einfach mal auch wieder 1 rein und dann schreibe ich nochmal dazu, kleinste Nische. Und mir fällt gerade ein, wir können das Ganze auch hier beim Kampagnen-Namen machen, damit ihr das dann auch besser zuordnen könnt. So, hier packe ich dann die Asen von dem Produkt rein, aber das machen wir dann wie gesagt auch in dem nächsten Video dann fertig. Wenn ihr über die Umfragen abgestimmt habt. Wir gehen dann weiter zum Gebot hier und hier seid dann wieder ihr gefragt, wie viel wir bei den Geboten vorgehen. Und dort habe ich jetzt zwei Optionen für euch vorbereitet. Einmal aggressiv das Ganze bewerben, das heißt direkt mit hohen Bits anfangen, was ich in dem Fall jetzt mal mit 40 Cent festgelegt habe. Also wir würden dann hier überall 40 Cent einstellen, erstmal zum Anfang. Oder die zweite Option, erstmal langsam anfangen und überall nur 20 Cent einstellen. Also schreibt es wieder in die Kommentare, entweder Option 1 für aggressives Bewerben oder Option 2, um erstmal langsam anzufangen. Sag ich mal jetzt, ihr entscheidet euch für aggressives Bewerben, dann werde ich das Ganze auch für alle fünf Kampagnen, also für alle fünf Designs so machen. Aber wie schon gesagt, das können wir dann auch im Laufe der Serie auch noch ändern. So, negatives Keyword-Targeting brauchen wir zum Anfang erstmal nicht, genau wie negatives Produkt-Targeting. Wenn ihr auch noch andere Wünsche habt, schreibt diese einfach zusätzlich auch noch in die Kommentare. Also zum Beispiel, wenn ihr wollt, dass ich zum Beispiel ein Geburtstypen stärker bewerbe als andere, dann sammle ich die Wünsche von euch und packe sie dann in einer der nächsten Videos als Umfrage rein, sodass ihr wirklich dann die volle Kontrolle habt. Wie gesagt, ich werde die Kampagne jetzt noch nicht starten, weil ihr das Ganze ja wirklich steuern sollt. Und deshalb wird dann im nächsten Video die Kampagne mit den Einstellungen, wie ihr entschieden habt, aufgesetzt und gestartet. Im Verlauf der Serie werden wir dann noch über Platzierung, negative Ausrichtungen, Ändern von Geboten, Ändern von Platzierung oder Geburtsstrategie und vielen mehr abstimmen, sodass wir wirklich das Ganze zusammen aufbauen können und ihr auch mit entscheiden könnt. Außerdem hoffe ich dadurch, dass wir alle dadurch noch viel über Advertising lernen können und im Verlauf dieser Serie werden dann auch noch weitere Kampagnen eventuell dazukommen, die wir anhand der Infos, die wir aus den ersten Kampagnen, die wir jetzt gerade aufbauen, dann erstellen. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, das Ganze auch mitzumachen sozusagen, neben dem Abstimmen in den Kommentaren, könnt ihr natürlich auch selber eine Kampagne in eurem Account erstellen, wenn ihr schon einen Werbeaccount habt und dann mit einem Design oder vielleicht auch mehreren das Ganze mitmachen und aus unseren Entscheidungen, die wir hier treffen, eure Kampagne weiterentwickeln. Und da wir ja fünf Designs aus verschiedenen großen Nischen haben, könnt ihr dann gucken, was gut geklappt hat und das dann auf eure Kampagne auch anwenden. Wenn ihr euch auf die zweite Folge von dieser Serie freut, lasst gerne mal einen Daumen hoch da, dann habe ich ein kleines Feedback, ob euch das Ganze auch gefällt und dann bis zum nächsten Mal.